Liebe Geschwister, alles so gebührt Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter und sein Auserwählter von allen Menschen ist. Liebe Geschwister, das Gebet, das Salah ist zweifellos die beste Ibadah, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns gesetzlich gemacht hat. Das Gebet beginnt mit dem Takbir und endet mit dem Taslim. Das Fasten hingegen, das Siyam, liebe Geschwister, beginnt mit dem Einbruch der Morgendämmerung und endet mit dem Sonnenuntergang. Insofern hat diese Ibadah einen gewissen Vorzug gegenüber, das Salah, weil man sozusagen den ganzen Tag über sich in einer Ibadah befindet. Den ganzen Tag über betet man Allah subhanahu wa ta'ala an. Und hier erkennen wir, dass der Begriff der Anbetung nicht immer nur bedeuten muss, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala niederwirft, sondern allgemein bedeutet Anbetung, dass man das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala sich wünscht von uns. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem heiligen Hadith, im Hadith Qudzi, alle Taten, die der Mensch begeht, begeht er für sich selbst. Außer dem Fasten, es ist für mich alleine und ich werde ihn dafür belohnen. Jede Tat begeht der Mensch für sich selbst, außer dem Fasten. Manche Glähte haben sich die Frage gestellt, was ist damit gemeint? Jeder von uns, wenn er betet, wenn er fastet, wenn er zakah entrichtet, was auch immer, er macht das alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Zumindest ist ihm das auferlegt worden, das alles für Allah zu machen. Das Fasten ist doch in dieser Hinsicht keine Besonderheit. Doch, das Fasten ist etwas ganz Besonderes. Denn die Gelehrten haben gesagt, wie es auch in einer Überlieferung heißt, dass das Fasten, da passiert es im seltensten Falle, liebe Geschwister, dass man es für jemand anderes tut, außer Allah. Das heißt, Fasten und Augendienerei, Fasten und Riyah sind zwei Gegenpartner, die kommen fast niemals vor. Denn der Mensch, wodurch unterscheidet sich ein Mensch, der fastet und ein Mensch, der Diät macht und nichts isst? Das ist die Absicht, liebe Geschwister. Ich kann an niemandem erkennen, ob er wirklich fastet. Aber ich kann an einem Menschen sehen, dass er betet, dass er spendet, das kann ich erkennen. Aber das Fasten, liebe Geschwister, ist eine Sache zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil dort der Ikhlas so stark ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal eine Belohnung bestimmt für denjenigen, der fastet. Allah sagte, außer dem Fasten, es ist für mich, das heißt, er macht es für mich ganz alleine, im Gegensatz zu anderen Ibadat, die manchmal für Allah gemacht werden und anderen. Und er sagte, Allah, und ich werde ihn dafür belohnen. Und er sagte nicht, welche Belohnung man dafür bekommt, weil die Belohnung zu gewaltig ist, als dass man diese mit Menschenworten ausdrücken könnte. Die Belohnung ist zu gewaltig, als dass man sich das als Mensch, liebe Geschwister, mit seinem begrenzten Verstand vorstellen und dass man sie begreifen könnte. Liebe Geschwister, der Fastende befindet sich den ganzen Tag über in einer Ibadah. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns aufgefordert, beziehungsweise hat uns darauf hingewiesen, dass wir besonders, wenn wir fasten, viel Dua machen sollen. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, die Bittgebete von drei Leuten werden niemals zurückgewiesen. Das Bittgebet eines Vaters für sein Kind, das Bittgebet eines Fastenden und das Bittgebet eines Reisenden. Das Bittgebet eines Vaters oder einer Mutter für ihr eigenes Kind. Das Bittgebet eines Fastenden und das sind wir alle, inshaAllah. Und ebenso das Bittgebet eines Reisenden, liebe Geschwister. Deswegen sprecht viele Bittgebete allgemein, weder im Ramadan als auch außerhalb vom Ramadan. Aber ganz besonders, wenn ihr am Fasten seid und ganz besonders, wenn ihr euer Fasten brecht. Ebenso, liebe Geschwister, macht Dua für eure eigenen Kinder. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns hier mitgeteilt, dass diese Dua erhört wird. Manche Menschen, möge Allah sie recht leiten, sie machen Dua gegen ihre eigenen Kinder. Dabei ist es doch viel besser, wenn du für sie Dua machst, damit sie recht schaffen werden, lieber Bruder, liebe Geschwister. Eine sehr wertvolle Tat, die man besonders in diesem Monat machen soll, auch natürlich außerhalb dieses Monats, ist, dass man gehäuft die Moscheen Allahs besucht. Dass man sich Mühe macht, liebe Geschwister, oft und häufig in die Moschee zu kommen, sodass der Monat Ramadan nicht vergeht wie der andere Monat von den zwölf Monaten. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, besucht die Moscheen Allahs sehr viel im Monat Ramadan. Und macht euch auch die Mühe, viele Gebete zu verrichten in der Moschee. Und bringt nicht nur euch selbst in die Moschee, sondern bringt auch eure Kinder und auch eure Frauen. Denn gerade in diesen Ländern hier, liebe Geschwister, ist die Moschee die einzige Quelle, wo die Menschen informiert werden über den Islam. Und da ist es nicht so wie in anderen muslimischen Ländern, wo man auch draußen auf der Straße Brüder trifft und Geschwister trifft. Das ist hier eben fast nicht der Fall. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch hier die Schwestern sehr oft in die Moschee kommen, weil sie dort vom Islam erfahren werden und weil sie dort an den Unterrichten teilnehmen. Liebe Geschwister, ebenso deine Kinder, bringen sie mit in die Moschee gehäuft. Gerade, natürlich meine ich die Kinder, die schon im Alter von sechs Jahren sind, sieben Jahren ungefähr, die schon verstehen, dass eine Moschee ist und sie schon verstehen, dass man natürlich auch das Gebet respektieren muss und so weiter und so fort. Wenn ihr gehäuft in die Moscheen kommt, sowohl im Ramadan, als auch außerhalb vom Ramadan, Allah Azzawajal verspricht euch eine Belohnung, Allah Azzawajal hat solche Menschen belohnt, er wird sie belohnen, er hat sie reingesprochen, er hat sie gelobt, er hat über sie schöne Worte gesagt. Er sagte subhanahu wa ta'ala, gewiss, Allahs Gebetsstätten, die Moscheen, bevölkern nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Wenn du die Moscheen häufig besuchst, lieber Bruder, liebe Schwester, du gehörst zu diesen Menschen, von denen Allah hier gesprochen hat. Denn Allah sagte, dass wenn jemand häufig die Moscheen besucht, dann gehört er zu denjenigen, die an Allah glauben und zu denjenigen, die an den jüngsten Tag glauben, an Yawm al-Qiyamah und diejenigen sind, die das Gebet verrichten, regelmäßig zu festgesetzten Zeiten und die Abgabe entrichten, die Zakat und niemanden fürchten außer Allah. Und das ist eine Sache, die im Herzen ist, liebe Geschwister. Und Allah hat dir sozusagen ein Zeugnis gegeben und sagt zu dir, du gehörst zu denen, solange du die Moscheen Allahs bevölkerst. Das heißt, du häufig besuchst, regelmäßig, mehr als du alle anderen Orte besuchst. Liebe Geschwister, wenn du dann in die Moschee kommst, wenn ihr dann in die Moschee kommt, oder in die Moschee kommt wollt, dann mach den Wudu zu Hause auf die beste Art und Weise, wie der Prophet sie gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du in die Moschee kommst, dann nimm den Koran in die Hand und lies im Muschaf und rede nicht mit anderen Menschen und verschwende nicht deine Zeit, denn jetzt ist die Zeit gekommen, dich Allah azzawajal zuzuwenden. Das ist sein Haus und in diesem Haus sollst du machen, was ihm gefällt. Lies im Koran, verinnerliche die Ayat, die Allah herabgesandt hat, damit deine Augen anfangen zu tränen von dem, was Allah gesagt hat und damit deine Hartherzigkeit in deinem Herzen ein Ende findet und damit dein Herz weich wird, lieber Bruder, liebe Schwester. Und zeig Allah subhanahu wa ta'ala, dass du demütig bist. Zeig Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich ihm vollkommen ergibst, äußerlich und innerlich und erniedrige dich vor ihm subhanahu wa ta'ala. Der Mensch hat, liebe Geschwister, mindestens drei Feinde. Einmal er selbst, als zweites der Schaitan und drittens die anderen Menschen. Diese drei Feinde, liebe Geschwister, einmal die Seele, der eigene Mensch ist ein eigener Feind. Warum? Weil Allah azzawajal uns im Koran mitgeteilt hat, dass der Mensch sich selbst zum Schlechten aufruft. Der Mensch selbst neigt zur Faulheit, der Mensch selbst neigt zur Bequemlichkeit. Der zweite Feind ist der Schaitan. Aber dieser Feind, liebe Geschwister, ist im Ramadan mehr oder weniger ausgeschaltet. Denn Allah azzawajal hat uns mitgeteilt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, er sagte, wenn der Monat Ramadan eintrifft, dann werden die Tore des Paradieses aufgerissen und es werden die Tore der Hölle zugeschlossen und abgeriegelt und die Schaitan, die Satane, werden in Ketten gelegt. Sie werden in Ketten gelegt. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn sie in Ketten gelegt werden, können sie natürlich weniger machen, als sie vorher zu tun pflegten. Und deswegen sollen wir uns bemühen, in diesem Monat besonders viele gute Taten zu verrichten. Denn es fällt einem leichter, in diesem Monat gute Taten zu verrichten, bi-idhnillahi sallallahu wa ta'ala. Weil die Satane eben in Ketten gelegt sind und weil sie dadurch weniger Bewegungsfreiheit haben, die man deutlich erkennen kann. Zum Beispiel, liebe Geschwister, wir wissen, dass im Monat Sha'ban haben wir versucht, uns gegenseitig zu motivieren, viel zu fasten, weil es eben auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist. Aber trotzdem, vieles fehlen von uns schwer. Und so haben wenige nur gefastet im Monat Sha'ban und abgezählte Tage. Aber im Monat Ramadan fällt es uns ein, ganz einfach und sehr leicht, weil Allah azawajal uns das Fasten leicht gemacht hat und die Satane angekettet sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch begünstigt und diese Gunsterweisung geschenkt. Und zwar dieses Wetter, wodurch uns das Fasten viel, viel leichter fällt. Ich erinnere mich und euch noch an die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, der sagte, oder die er glaubt, euch ist das Fasten auferlegt worden. Genauso wie es denjenigen, die vor euch waren, auferlegt worden war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch zu gottesfürchtigen Menschen machen, denn Allah azawajal wird von den gottesfürchtigen Menschen ihre Taten annehmen. Liebe Geschwister, Der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch wird ganz gewiss vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Zwischen ihm und Allah wird kein Vorhang sein und es wird auch keinen Übersetzer geben, der für ihn übersetzt. Und dann wird Allah zu ihm ganz gewiss sagen, habe ich dir nicht Vermögen gegeben? Und er wird sagen, jawohl hast du. Und dann wird er ganz gewiss sagen, habe ich zu dir nicht einen Gesandten geschickt? Das heißt, hatte ich nicht meine Botschaft erreicht? Dann wirst du sagen, jawohl. Und dann wirst du auf deine rechte Seite schauen und du wirst nur die Hölle sehen. Und du wirst auf deine linke Seite schauen und du wirst nur die Hölle sehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein jeder soll sich vor der Hölle schützen und wenn es nur mit einer halben Dattel ist. Das heißt, und wenn es nur eine halbe Dattel ist, die du jemandem zum Beispiel spendest. Und dann sagte er, und wenn du keine halbe Dattel vorfinden kannst, dann wenigstens ein gutes Wort. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslimen überliefert. Liebe Geschwister, wenn man sich vor der Hölle schützen kann, mit einer halben Dattel, sogar mit einem guten Wort, was man sagt, wie ist es dann mit dem Fasten? Das Fasten hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als ein Schutzwall bezeichnet. Ein Schutzwall, der sich vor der Hölle schützt. Und das Fasten ist eine Säule, der Säule des Islam. Und deswegen, liebe Geschwister, ermuntere ich mich und euch dazu auf, dass wir die Fastenden speisen, liebe Geschwister. Das heißt, den Fastenden Essen geben, sodass sie ihr Fasten brechen durch das Essen, was wir ihnen gegeben haben. Denn dadurch erhält man mehrfache Belohnung. Du erhältst die Belohnung für dich selbst, weil du gefastet hast. Und du erhältst die gleiche Belohnung, wie jeder Mensch erhalten wird, der gefastet hat und sein Fasten gebrochen hat, weil du ihm zu Essen gegeben hast. Ebenso bist du dann der Grund dafür, dass es Liebe und Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen den Muslimen gibt. Du gewöhnst dich daran, Gutes zu tun und du bekämpfst deinen eigenen Geiz. Und lieber Bruder, liebe Schwester, du bringst die anderen Menschen dazu, für dich Bittgebete zu sprechen. Und insofern kommt sehr viel Segen auf dich letzten Endes zurück. Sayyid ibn Khalid al-Juhani berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer der Grund ist dafür, dass ein Fastender sein Fasten bricht, bekommt die gleiche Belohnung wie er, ohne dass die Belohnung des Fastenden verringert wird. Das heißt, wenn der Fastender z.B. 1 Kilogramm an Belohnung bekommt, dann bekommst du ebenso 1 Kilogramm an Belohnung, wenn du ihm zu Essen gegeben hast, damit er durch sein Fasten bricht und er bekommt das gleiche Kilo an Belohnung. Subhanallah, nur weil du ihm was zu Essen gegeben hast und du hast dir nicht einmal die Mühe zu Fasten gemacht, dieser Hadith ist bei Tirmidhi Ibrahim, bei Ibn Najah, und Tirmidh sagt, der Hadith ist Hassan und Sahih. Möge Allah s.w.t. uns von euch dazu bringen, Gutes zu tun, denn er ist den, der zum Stand ist und er ist den, der wir uns zu bitten haben. Barakallahu alaykum.